Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheits-Sendung. Was tun, wenn man an Adipositas leidet, also an krankhaftem Übergewicht, aber keine Diät helfen will? Was ist von diesen Operationsmethoden zu halten, von denen man immer hört, von einer Magenverkleinerung? Für wen kommt das in Frage? Bei mir ist Dr. Thomas Mansfeld, er ist Chefarzt der Allgemein- und Visteralschirurgie am Asklepios-West-Klinikum in Hamburg und dort leitet er das Adipositas-Zentrum. Schön, dass Sie Zeit haben mit Dr. Mansfeld. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wenn wir über Adipositas sprechen, über was für ein Übergewicht reden wir denn da? Ja, das ist relativ klar definiert. Es gibt ja diesen Body Mass Index, das ist eine Größe, eine Kenngröße, die das Körpergewicht ins Verhältnis setzt zur Körpergröße. Und da gibt es Kategorien und da ist von 25 bis 30 ist Übergewicht, bis 25 ist Normalgewicht. Ab 30 ist Adipositas, also Übergewicht und zwar Grad 1 und 2 und ab 40, BMI 40, ist Übergewicht Grad 3 und das ist die krankhafte Adipositas. Das heißt also so bei 1,75, ein BMI von 30 sind glaube ich so 90 Kilo, von 40 wäre dann schon 120 Kilo. Ja, 120, 130, also ist schon doch merklich viel, 130, 140 so ungefähr. Hat das was zu tun einfach so mit mangelnder Disziplin zu Weihnachten? Nein, nein, so einfach ist es natürlich nicht. Es ist eine extrem komplexe Erkrankung, die auch noch gar nicht hundertprozentig verstanden ist. Es wird wahnsinnig viel geforscht, weil es einfach so eine überwältigende Menge von Patienten gibt und Menschen gibt, die übergewichtig sind. In Deutschland sind zwei Dritte der Männer zum Beispiel schon mal übergewichtig und in Deutschland wird es geben im Jahre 2030 2 Millionen Menschen mit einem BMI von über 40. Also dieses beschriebene Format wird dann wirklich sehr, sehr häufig sein und für diese Patienten müssen wir natürlich Lösungen finden. Aber die Ursachen, die sind halt nicht geklärt, die sind ganz vielfältig, die haben zu tun natürlich mit Verhaltenssteuerung oder mit verhaltensgesteuerten Effekten. Aber auch, wir verstehen es auch als neuroendokrinologische Erkrankung inzwischen, weil wir wissen, dass der Energiehaushalt, der ja sozusagen die Basis ist für, wie wir aussehen, ob wir adipös sind oder ob wir schlank sind, der Energiehaushalt, der regelt das. Und der wird sehr komplex geregelt von Hormonen, von Nerven, vom Gehirn und so weiter und so weiter. Und da sind bei Adipositas-Patienten deutliche Veränderungen zu erkennen in Richtung einer Konstellation, die dazu führt, dass immer mehr Adipositas angegessen wird, sage ich mal, oder sich ausbildet. Und so ist es praktisch überhaupt nicht ein einfacher Diätfehler zu Weihnachten, sondern es ist nachher ein Kreislauf, der in Gang kommt, der auch praktisch gar nicht mehr alleine aufzuhalten ist, auch durch Diäten nicht. Aha. Und eine Operation kann da dann helfen in Bezug auf diese hormonellen Geschichten? Ja, eine Operation kann langfristig helfen. Also das ist natürlich nicht die einzige Methode. Wie gesagt, ein sehr, sehr multifaktorielles Geschehen. Sehr viele Ursachen gibt es für die Erkrankung und dementsprechend gibt es auch mehrere Angriffspunkte, da zu therapieren. Aber wir wissen, dass ab einem bestimmten BMI, ich würde mal sagen, ab einem BMI von 40 ist es extrem selten, dass es Patienten gelingt, ohne eine Operation in einen Gewichtsbereich zu kommen, der wieder, sage ich mal, normal ist, beziehungsweise etwas dort deutlich reduziert ist. Warum ist das überhaupt wichtig, dass man keine Adipose hat? Das ist ja nicht nur die Umfangsvermehrung und die, sage ich mal, dieses Ausmaß des Körpers dann am Ende, sondern es sind die ganzen Begleiterkrankungen, die drohen. Und das fängt an mit endokrinologischen Erkrankungen, wie Zuckererkrankungen. Das geht weiter mit kardiovaskulären Erkrankungen, Herzinfarkt, Gehirninfarkt, Schlaganfall, Gelenkerkrankungen und, und, und. Unfruchtbarkeit bei Frauen, Zyklusstörungen. Und es gibt eine Unmenge von Schlafapnoe-Syndromen zum Beispiel, ein ganz wesentlicher Punkt, ist fast zu 100 Prozent assoziiert mit Adipositas. Also Herz-Kreislauf auch dann. Ja, und diese ganzen Folgeerkrankungen sind natürlich für jemanden, der jetzt 40 Jahre alt ist oder 30 Jahre alt ist oder adipös ist, vielleicht noch gar nicht zu erkennen. Aber sie werden irgendwann kommen. Man hat ein dreifach erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen zum Beispiel, neunfach erhöhtes Risiko für Zuckererkrankungen und so weiter. Und so kann man das für jede Erkrankung genau beschreiben. Und das ist der Grund, warum man unbedingt das therapieren sollte. Wenn ich so eine Therapie machen möchte, welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen? Ja, Sie kennen Ihren BMI, Sie kennen Ihr Gewicht und Sie suchen Beratung auf. Wenn Sie auch, sagen wir mal, wenn Sie übergewichtig sind, rein übergewichtig mit einem BMI von 28, 29 und Sie haben vielleicht eine, ist schon mal eine Zuckererkrankung oder so, dann haben Sie auch nach der Leitlinie für Adipositas-Behandlung, haben Sie auch Anspruch auf eine Behandlung. Aber eine Operation? Eine Operation ist, wie gesagt, da gibt es bestimmte Kriterien dafür. Das ist relativ, also ab 40 sozusagen kann man nach entsprechender Vorbereitung, wie gesagt, es ist nicht die Operation alleine, die die Krankheit behandelt, sondern das ist ein sehr lang gelaufendes Konzept auch. Ab 40 kann man auf jeden Fall daran denken. Ab 35 BMI, wenn man Zuckererkrankungen hat, Begleiterkrankungen hat, ernsthafte Herzerkrankungen hat und so weiter, kann man auch daran denken, eine Operation in Erwägung zu ziehen. Ja, ich habe gehört, also in manchen Fällen würden Sie dann sagen, ja, machen wir auf jeden Fall jetzt, also sofort, oder ich muss noch so ein Vorbereitungsprogramm durchlaufen. Wir sagen nie, wir machen das sofort, das können wir gar nicht machen, weil, wie gesagt, nochmal, es ist die Adipositas eine Erkrankung, die man in seinem Leben lang hat, die fängt irgendwann an. Die meisten wissen ziemlich genau, ab wann sie übergewichtig geworden sind, können viele Patienten einfach angeben, aber sie haben das ihr Leben lang, das hört nicht mehr einfach auf. Wir können mit einer Operation, an irgendeinem Punkt dieser Strecke eine Hilfestellung leisten, so viel abzunehmen, dass man wieder in ein bewegliches Leben kommt, bewegliches Leben mit einer normalen Ernährung kommt, was natürlich essentiell ist, um, sagen wir mal, weiter diese Erkrankung, die Entstehung dieser Erkrankung zu verhindern. Und in diesem Sinne behandeln wir die Patienten in unserem Zentrum mit sehr multidisziplinären Ansatz. Wir haben Internisten, Psychologen, Ökotrophologen bei uns im Team und wir machen mit allen Patienten, auch wenn wir theoretisch sie sofort operieren könnten, machen wir eine Vorbereitung und wir bereiten sie ernährungs-, sagen wir mal, psychologisch und von der Ernährung her vor. Sie müssen ein Sportprogramm machen, sie kriegen eine psychologische Begutachtung und Beratung. Und dann wird entschieden gemeinsam, ob eine Operation sinnvoll ist und ob sie individuell helfen kann. Ja, das heißt aber schon, also noch so ein Vierteljahr nach dem Entschluss wird auf jeden Fall noch ins Land gehen. Ja, ein Vierteljahr bis ein halbes Jahr. Viele kommen zu uns und wissen ja gar nicht, sie wollen, inzwischen kommen schon viele, wollen sich operieren lassen, aber es kommen auch Patienten, die wollen sich einfach nur behandeln lassen und die müssen dann realisieren im Laufe der Zeit, dass sie, oder im Laufe der Behandlung, dass sie natürlich nicht, meistens nicht von diesem hohen Gewicht runterkommen, in dem Maße, wie das erforderlich ist. Ja, das heißt aber auch anders, wenn ich eine erfolgreiche Operation hatte, und wir reden ja gleich über die Methoden, kann es ja durchaus dann doch sein, dass ein inneres Teil von mir sagt, ich boykottiere das jetzt und will wieder... Ja, das kann sein, das gibt es, das wird ja immer wieder gesagt, die Patienten, die trinken flüssiges Nutella und so, habe ich selten erlebt, also das haben wir, das kommt nicht so häufig vor und letztendlich, klar, man kann alles konterkarieren, aber das spricht aus meiner Sicht nicht gegen die operative Behandlung der Adipositas, die wirklich extrem erfolgreich ist bei ganz, ganz vielen Patienten und es gibt natürlich welche, bei denen, ganz wenige, bei denen dann so ein Gewichtswiederanstieg stattfindet, da müssen wir halt gucken, an welchen Ursachen das liegt, das wird dann nochmal ernährungstechnisch oder ernährungstherapeutisch aufgearbeitet und es wird geguckt, ob vielleicht mechanische Probleme da sind, ganz wichtig ist mir auch noch zu sagen, dass natürlich diese Behandlung, eine operative, eventuell operative Behandlung der Adipositas in einem Zentrum erfolgen muss, wo tatsächlich auch für die Nachsorge, für die Vorbehandlung gemacht wird und wo für die Nachsorgen auch sich gekümmert wird, weil eben nach so einer Operation können Defizite auftreten im Körper, da können Vitamine fehlen, da fehlen fast immer Vitamine, Spurenelemente und so weiter und das muss in so einem Zentrum nachgesorgt werden, deshalb... Man schluckt sein Leben lang danach. Man schluckt sein Leben lang, aber das sind so kleine, das sind Pillen, zwei Stück am Tag, die kosten 30 Cent und das ist deutlich besser, als wenn Sie später ein Sortiment essen von sechs oder zehn Blutdruck-Tabletten oder Diabetes-Tabletten. Also ich denke, das ist ein guter Tausch auf jeden Fall. Aber wichtig ist, es muss kontrolliert werden, es muss gesprochen werden, die Patienten müssen angeguckt werden, der Gewichtsverlauf wird kontrolliert und eben immer wieder wird auch Blut abgenommen. Ja, ich glaube auch, weil die Ernährung danach nicht mehr so wahllos sein kann wie vorher, oder? Nein, nein, das hat schon zu tun mit Operationsverfahren. Wir werden auch gleich darüber sprechen. Ja, genau, jetzt sprechen wir darüber. Schlauchmagen. Fangen wir mal damit an. Fangen wir mit dem Schlauchmagen an. Was ist das? Schlauchmagen bedeutet eigentlich nur, dass man den Magen, der ja normalerweise so anderthalb bis zwei Liter fasst, verkleinert. Und zwar wird er chirurgisch abgetrennt entlang eines Schlauches, der ungefähr so anderthalb Zentimeter dick ist, so dass nachher ein Volumen des Magens von ungefähr nur 200 Milliliter verbleibt. Und mehr kann der Patient dann auch nicht essen. Zusätzlich wird im Magen, in diesem Magenanteil, den wir jetzt dann entfernen nachher, ein Hormon gebildet, Grillin, das als ständiges Hungerhormon angeschuldigt wird und das als Hungerhormon funktioniert, so dass diese Patienten als auffälligstes Merkmal unmittelbar nach der Operation keinen Hunger mehr haben. Und einfach, sie trinken Wasser und sind zufrieden und haben dieses Gefühl nicht mehr. Was eben auch zeigt, dass es doch auch eine ganz starke Kopfkomponente bei dem Ganzen dabei ist, bei der ganzen Adipose, das Erkrankung. Ja, für wen kommt das in Frage? Oder vielleicht, für wen kommt es nicht in Frage? Naja, es kommt nicht in Frage, wenn man zum Beispiel, wenn die Patienten Sodbrennen schon haben, per se, also wenn einer sich über Sodbrennen beklagt, sollte man es nicht machen, weil durch die Druckverhältnisse in diesem Magenschlauch, das ist eine reine mechanische Geschichte, in diesem Magenschlauch die Säure stärker aufsteigen kann und der Reflux ist ein Problem. Also wenn jemand Reflux hat, sagen wir, raten wir er ab davon. Aber es hängt natürlich, die Verfahrenswahl hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Also wie viel Adipose ist da, wie alt ist der Patient, was hat er für Begleiterkrankungen, hat er einen Diabetes, hat er einen schweren Diabetes, würden wir nicht unbedingt mit dem Schlauchmagen behandeln. Sondern? Würden wir eher so ein Bypass-Verfahren wählen, was wir machen, es gibt zwei verschiedene Bypass-Verfahren. Das ist chirurgisch-technisch, das eine muss einmal verbunden werden, das andere zweimal. Aber die Schlingenlängen sind da entscheidend und so, das ist aber alles sehr, das führt sehr, sehr weit. Genau, darum geht man, glaube ich, den Magen und bindet das dann direkt an den Magen. Genau, man verkleinert den Magen zum einen, also es ist eine Kombination aus dieser Magenverkleinerung und macht praktisch eine Umleitung, sozusagen man sperrt den Weg vom Zwölffingerdarm bis zu einem Teil von 1,50 Meter entfernt, oder einem Dünndarm von 1,50 Meter entfernt. Den Weg sperrt man ab und leitet ihn sozusagen verkürzt, also näht diese Schlinge an den Magen und verkürzt damit einfach die Passage der Nahrung. Die fließt eben dann nicht mehr durch den Zwölffingerdarm und den oberen Dünndarmanteil, sondern, ja, kommt halt später in den Dünndarm, wie eine Umleitung. Warum nimmt man damit ab? Weil einfach in diesem oberen Dünndarmanteil, sagen wir 1,50 Meter, sind sozusagen umgeleitet und ausgeschaltet. Diese 1,50 Meter, da wird sehr stark Fett resorbiert und da werden sehr stark Nahrungsstoffe resorbiert. Und wir wissen, je länger diese Schlinge ist, die man ausschaltet, desto mehr nimmt man auch ab. Wie das ganz genau sich verhält im biochemischen Bereich, ist auch weitgehend gar nicht so klar. Wir experimentieren immer sehr viel mit diesen Längen der Schlingen und so weiter, um da möglichst gute Effekte zu erreichen. Aber auf jeden Fall ist das diese, sagen wir mal, Hypo-Resorption, also es wird weniger resorbiert als auf der normalen Passage, das ist schon auch ein entscheidender Grund mit für eine sehr substanzielle Gewichtsabnahme, die man erzielt damit. Nun bleibt ja der Bypass ein Leben lang, ich mit der Schlauchmagen auch, aber was heißt das für meine Ernährung danach? Also ich weiß jetzt, ich muss mehr Vitamine zuführen, weil der Darm sie nicht mehr resorbieren kann, der wird ja im Gang in diesen Teilen. Aber was heißt das für die Ernährung? Ich habe da was gehört, dass man Dinge vielleicht nicht mehr verträgt? Das kann sein, das ist immer nicht vorhersehbar. Deutlich habe ich ein Patientenpärchen gehabt, die ich operiert habe. Die eine hatte nach der Operation plötzlich wahnsinnig ein Hypo auf Süßes, die andere hatte das vorher gehabt und hat es hinterher nicht mehr gehabt. Ist nicht schlimm, man darf alles essen. Es gibt so eine, man darf grundsätzlich alles essen, nur die Zusammensetzung sollte sich halt ändern. Es sollte überwiegend gesundes gegessen werden, nicht so viel zuckerhaltiges Obst, weniger, sage ich mal, mehr Ballaststoffe, auf Eiweiß muss geachtet werden und so weiter. Also da sind schon, sagen wir mal, ernährungsphysiologisch sind einige Dinge zu beachten. Aber auch da nochmal das Plädorie dafür, man sollte sich in einem Zentrum behandeln lassen, in einem möglichst zertifizierten Zentrum, weil dort sind die Ökotrophologinnen, die sich damit am besten auskennen. Wenn zu mir ein Patient kommt und hat irgendwie ein Problem mit seiner Ernährung, dann schicke ich ihn sofort zu unserer Ökotrophologin, die am allerbesten darüber Bescheid war, ist auch gerade in einer Nachsorge. Und das muss man wissen und sollte man wissen, aber das ist absolut gut zu handeln. Nochmal zurück, grundsätzlich kann man alles essen, nur im richtigen Verhältnis. Da gibt es genaue Anweisungen dafür. Man sollte natürlich nachher keine kohlensäurehaltigen Getränke trinken. Aber vom Essen her gibt es keine Anstrengungen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!